Ich tue so, als ob ich falle. Du bist die Leiche im Tatort? Ja. Achso. Und du stößt mich da runter. Also tust du. Ja, aber das ist ziemlich hoch hier, wenn man das mal bedenkt. Ja. Guck dir das mal an hier. Und der Weg geht völlig steil runter. Liegt da unten. Wie tust du jetzt, ob du mich schubst? Ja Leute, wir haben hier schon eine... Was? Ja, du tust du jetzt, ob ich schubse, dann machst du eine neue Sequenz. Ich bin da unten und denke, ich wurde runtergeschubst. Aber das Ding ist, Schatz, wir haben hier schon nämlich so einen Tatort. Hier sind wir diese Treppe. Müsst ihr euch mal vorstellen, sind wir eben mit dem Kinderwagen runtergekommen. Den Weg. Und dann haben wir den Kinderwagen, diese Treppe. Diese vielen Stufen. Und da träumt süß Maximilian Schnabel. Könnt ihr ganz kurz sehen. Ja. Fünf Monate ist er, der Lucky. Schatz. Acker Kati. Was? Acker. Alias Kati. Schatz Alias Kati. Kati Berg. Nee, nicht Kaka. Acker. Und dann? Meine Wenigkeit kennt dich ja schon. Hehehe. Und hier machen wir... Ich schreibe Maximilian vielleicht hier. Ja, da oben ist auch noch so eine coole Villa. Oder was ist das? Ja, wir sind hier unterwegs und der steht hier noch und schreit dann. Und das war's dann. So, da oben ist noch so ein Haus. Und das benutzen wir alles für einen Tatort, würde ich sagen. Das ist der Tatort direkt hier. Wir sagen jetzt nicht wo. Und das ist einer unserer Drehorte, ne? Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.